Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge, oh mein Gott, wo wir die Aushilfskraft von Gott sind, weil der gerne mal Urlaub machen wollte. Und in diesem Spiel geht es darum, dass Tote zu einem kommen und man sieht halt, ob die gute oder böse Sachen in ihrem Leben gemacht haben. Und dann muss man sie entweder in die Hölle oder in den Himmel schicken. Soweit, so einfach. Was sehen wir so? Wir müssen vor allem immer richtig liegen, damit unsere Satisfaction-Customer-Blings-Blums-Sternrate rechts nach oben geht. Und unser erster Kunde ist Cheddy. Und Cheddy mag es, Tiere zu quälen und liebt es, Ferien zu machen und hat mehrere Geschäfte ausgeraubt. Okay, also der kommt schon mal in die Hölle. Tschüss. Hallo Gawin, na? Wie geht's dir? Hast du ein Pubby? Hast du ein kleines Wäldchen vom Feuer gerettet? Das ist sehr gut. Aber sonst ist er eine schlechte Person. Hm. Aber er symbolisiert Justice in seiner Stadt. Ja, ja, du bist auf jeden Fall gut. Du bist so doof, dass du sonst eine schlechte Person bist? Das war auch irgendwie sehr widersprüchlich. Egal. So, hallo Alberic. Er atmet stark. Das ist natürlich nervig. Ab in die Hölle mit dir. Ich hasse Leute, die stark atmen. Mervyn. Äh, okay, er macht ganz viele Selfies. Er hat eine Kanonenkugel mit seinen Zahnen genommen, um eine kleine Kitten zu retten. Du kommst auf jeden Fall in den Himmel. Man muss ja übrigens auch schnell sein. Oh Gott, Gottfried. Er kann keine orangenen Sachen essen. Und... Okay, egal. Komm hier. Ab in den Himmel mit dir. Sweet. Free Wi-Fi. Jörg. Ähm... Er tötet Leute. Okay, tschüss. Ab in die Hölle mit dir. Ich muss ja übrigens relativ schnell sein, weil ich dafür 20 Leute in der Line haben. Seht ihr links alles? Matthews. Okay, er gibt alles, was er hat zu den Pur-Leuten. Dann ab mit dir in den Himmel. Bisher ist das auf jeden Fall alles sehr einfach. Der Donnie. Der gute Donnie. Ohne Haare. Er bringt Leute dazu, in seinem Namen andere Leute zu töten. Okay, der tötet ganz viele Leute. Der ist auf jeden Fall böse. Böse Boy, Joey. Er präferiert gefakte Blumen über den echten. Das geht gar nicht, Digga. Das geht gar nicht. Ab in die Hölle mit dir. Echte Blumen sind das einzig wahre. So, Ozzy. Ist immer kalt. Ist immer kalt. Dann ab in die Hölle mit dir. Das ist schön warm. Ich bin der beste Gott. So, Lin. Lin, Lin. Du bist schwarz? Warum bist du ein schwarzer Lin, Lin? Er kann einige Wörter nicht richtig aussprechen. Ab in die Hölle mit dir, Ligastheniker. Gehör dir nicht hin in den Himmel. Karnay. Obwohl Ligastheniker, glaube ich, gar nichts mit der Aussprache zuhören hat. Egal. So. Er hat das ganze Geld seiner Familie verspielt. Ab in die Hölle mit dir. Das ist ja genauso wie mein Bruder. Mein Bruder kommt auch in die Hölle. So, Christi. Geht hier Schlag auf Schlag und die Mut in der Leine ist schon wieder schlecht. Okay, ich kann das... Vor allem das mal übersetzen hier. Collection of stuffed animals. Ja, stuffed animals sind gut, Digga. Stuffed animals. Supergeil. Okay, die Leute mögen mich hier nicht. Äh, fear of people. Komm. Mann. Fear of people ist doch gut. Äh, will es... Ja, ja, ja. Hier, ab in den Himmel mit dir. Ich muss halt meine... Die Warteschlange runterkriegen. So, Dallas. Okay, der hat Leute mit HIV infiziert. Auf jeden Fall in die Hölle. So ein hungeren Sohn, Mann. Melvin. Trink dir mal Limonade. Ist schlecht in Spielen. Ja, okay. Ist okay. Solange du im gegnerischen Team bist und nicht in meinem Team, darfst du in den Himmel. Er hat zumindest auch eine Kitten gerettet. Pfah. Okay. Akronyme kann aber was Akronyme sind. Ist auf jeden Fall ein Schlaumer, ja? Und hat böse Akne. Egal. Ab in den Himmel mit dir. Der war auf Erden schon genug gestraft. Dann darf er jetzt in den Himmel. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und sendet Postkarten zu kranken Leuten. Das klingt fast wie Jesus. Nur, dass es da noch keine Postkarten gab. Nelson Mandela auf jeden Fall in den Himmel. I don't care. Dein Name ist Nelson Mandela. Also kommst du... Shelley ist auf jeden Fall... Okay, das war falsch. Whatever. Hallo, der hatte Angst vor Katzen. Auf jeden Fall kommt er in die Hölle. Axel ist ein Mörder. Auf jeden Fall wieder in die Hölle. Meine... Oh Gott, ich hab gleich schon verloren. Mordekaiser auf jeden Fall ins Himmel. I don't care. Mordekaiser ist ein guter Charakter. Ah, wieso sind so viele Leute hier reingekommen? Irgendein Erdbeben war auf der Welt. Leicester. In die Hölle, der tötet Leute. Wort ist niemals gut. Gustav, du bist auf jeden Fall gut. Oh Gott, hier verschwinden Leute in meiner Linie. Smelt Stranger's Hair. Okay. Tötet Leute. Ab in die Hölle. Was hast du, Keli? Dolls. Dolls sind zwar gruselig, aber... Ist in Ordnung. Ist halt sein Hobby. Braucht Sauerstoff, um zu leben. Oh mein Gott. Er hat sich selber in die Luft gesprengt. Okay, also ein Terrorist. Auf jeden Fall. In die Hölle, du Blutkopf. Sag ich noch, Leute. Brauchen wir ja nicht. If he is angry or happy. Okay, goes great length for all people. Ja, komm. Nein! Meine Satisfaction ist runtergegangen. Das ging ja viel schneller als gedacht. Holy shit. Okay, ich darf das nicht so lange übersetzen, glaube ich. Hat ja gar keine Zeit. Komm, das machen wir noch einmal. Jetzt werden wir bestimmt besser da drin. Jetzt haben wir uns eingearbeitet. Das war jetzt die Einarbeitungswoche als Praktikant. Jetzt sind wir wirklich da. Und dann kommt ein Miniskullzunahme als nächstes an. Das seht ihr mal auf der linken Seite. Und ein terroristischer Attack. Zolli! Eine Personifizierung des Guten auf jeden Fall. Nach oben. Ist auf jeden Fall... DeBear. Ein recht witziges Spiel. Spams YouTube-Comments. Liking to a scam site. Also ein Hurensohn, Mann. Gleich blocken. Gleich in die Hölle. Kann doch kein Scam-Seiten hier anpreisen. Courtney. Ja, wenn er die... Über diese guten Leute hier... Waylon. Hat 10 Leute mit ihm genommen, bevor er gestorben ist. Ja, hier. Tschüss, ne? Du bist ein Doofkopf. So, Tyler. Was ist mit dir? Äh... Er holt sich illegale Kopien von Spielen... ...und tötet Leute. Alles klar. Das ist, glaube ich, sehr einfach. Der Jazz ist schlecht in Spielen... ...schlägt... ...Haie. Das ist natürlich blöd, da. Wannst du da hier eine Car-Crash? Okay. Wer nicht, wer nicht. Geht's zumindest schön schnell, eventuell. Wider! Oh Gott. Okay, er will... Leute. Wapen. Bisschen in Ordnung. Ein Hero vor Fun. Generelli a bad person. Gott away with murder twice. Ja, dann tschüss. Nicht hier. Nicht hier. Auf Erden vielleicht, aber nicht hier. Der Selige. Der kommt auf jeden Fall in den Himmel. Wenn er schon selig heißt. Minifield! Okay, hat Häuser ausgeraubt. Hat aber auch eine kleine Katze gerettet. Shit. Da stand irgendwas mit Kill. Ja, hätte ich vielleicht lesen sollen. Aber er hat eine Katze gerettet. So, Logos. Er hat eine ganze Stadt gerettet. Nein, er hat eine ganze Stadt gerettet und ich schicke ihn in die Hölle. Ich hab zu schnell gedrückt. I'm sorry. Da ging ich wohl... Okay, egal. Alejandro. Das ist ein Lied von Lady Gaga, deswegen kommt er in den Himmel. Okay, ich bin ein sehr schlechter Praktikant. Na gut. Lindsey Stirling auf jeden Fall in den Himmel. Jo. Arthur. Hm. Das wird schwer. Kill the guy who was here before him. Ja, der davor war auf jeden Fall in den Himmel gekommen. Also kommt er in die Hölle. Der Lem. Der Lem Lem. Trinkt immer Limonade. Obsession with the Dead. Okay. Ja, komm. Ab in den Himmel mit dir. Obsession with the Dead ist ja erstmal nichts Schlimmes. Ermin. Der macht Komplimente zu irgendwelchen Leuten. Ist ein Ladies Man. Also eine Trap oder so. Sachse. Kommt auch in den Himmel. Blah, 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 blah. Also wir müssen auf jeden Fall unsere Sterne hier mal wieder hochpringen. Wir müssen mal ein bisschen richtig machen. Konstantiniert. Even if it's a paper cut. Oh no. Ja, Mörderer kommt immer auf jeden Fall in die Hölle. I don't care. Mördern ist nicht cool. Egal was man mördert. Okay, 1, 2, 3, 4, 1. Das ist jetzt ein Van. Das ist in Ordnung. Auch wenn du damit natürlich die Erde kaputt machst. Was würde Greta sagen dazu, wenn du immer nur ein Van fährst? Seriously spelling Nazi? What? It's everyday war, including heat. Stillgood goes to school. Der ist mir sympathisch. Keine Ahnung, was das erste hieß. Aber egal. Hallo Christian. Der ist heiß. Und hat eine Nase. Und mag seine Arbeit. Boah, ne. Ab in die Hölle mit dir. Ohne Witz. Der mag bitte seine Arbeit. Keiner mag seine Arbeit. So, Bernardo. Allergisch. Von Shellfish. Und okay, hat wieder eine... Viele Leute, die einfach eine City geschützt haben. Das ist voll heftig. Ein einfacher Schläfer. Hat irgendwelche Sachen donated. Eine Organe. Das ist nett. Kennedy. Okay, macht auch wieder die Umwelt kaputt. Aber sonst ist er eigentlich ganz nett. Dann passt das schon. Pfui. Pfui kommt in den Himmel. Pfui ist ein guter Name. Sei frei. Und Orlen. Ein Duguda. Was auch immer das heißt. Verletzt Leute um ihn rum. Das ist nicht cool. Hardy. Möchte auf dem richtigen Pfad bleiben. Ist ein Auftragsmörder. Und macht mal Game Gems mit. Okay, Game Gems. Das war genug. Ab in die Hölle mit dir. Der Web ist blind. Und sonst aber ganz gut. Ganz klärchen. Boah, was für unser Zeitdruck man hier ist. Gleich kommt Black Hole. Ja, als ob Clayton. Dumme Partys. Ab in die Hölle mit dir. Keiner mag dumme Partys. Dann muss man da sein. Und darf nicht gehen. Und das ist echt kacke irgendwie. Dann will man doch nicht der Erste sein, der geht. Aber die Party ist halt trotzdem scheiße. Das sind die schlimmsten Leute. Dominiko ist ein blöder Name. Ab in die Hölle mit dir. Ich mag den Namen Dominik nicht. Sorry. Aber anscheinend war ein ganz guter. Egal. Hallo Dev. Du bist auf jeden Fall ein guter. Delle Voper. Ist immer gut. Judas. Auf jeden Fall in die Hölle. Kenn dich doch aus. Isaac. Obwohl. Ja, egal. So. Er hat einige gute Organisationen gekillt. Tschüss. Wiley. Monotone Voice. Nein. Oh. Der schlägt. Der schlägt seine Katzen. Tschüss. Huntington. OCD. Ja, ja. Ab. Ah, wir nehmen wir dir. Ich glaube, wir sind gerade ganz gut. Einer muss doch weg. Okay, war sogar richtig. Sonst wäre unsere Sterne wieder runtergegangen. Virgil. Okay, frisst immer Sachen. Steal your lunch. Der ist ja genauso wie ich. Ich esse auch immer Kaugummi und stehle das Essen von anderen. Protected Puppies with his dad. Ja, okay. Alles klar. Dann kommst du in den Himmel. Jerome. Er atmet wieder. Ganz toll. Ist ein Skoolshooter, yo. Alles klar. Tschüss. Das erste hat mir schon gelangt mit dem heavenly breathing. So things when angry. Oh no. Kenn ich. Kenn ich. Kenn ich. Aber er hat Katzen getötet. Das ist sowieso mein Ausschlusskriterium. Oreo-Creme mit Zahnpasta austauschen. Ist auch nicht geil. Der nächste. Fuck. War zu langsam. Äh, war von H. Daily for no personal reasons. Stab someone. Wo ist das so tief. Arschloch. Direkt mit dir. Burton. Grammar Nazi. Okay. Saved all kittens. Ja. Nein. Falsch. Und die Warteschlange war wieder zu hoch. Aber 39. Ich glaube das war auf jeden Fall besser als beim ersten. Daisy Dog. Weil ein Dog ist rückwärts God. I'm not God. I'm just a Dog. Gut. Das war jetzt ganz so stressig. Weil man echt keine Zeit da hat zu kommentieren. Aber. Das war es dann mit dieser kleinen Folge OMG. Ist übrigens ein kostenloses Spiel. Könnt ihr einfach mal googlen. Oder ich packe den Link dazu in die Videobeschreibung. Könnt ihr dann selber was spielen. Und ja. Dann auf jeden Fall. Danke fürs Zischen liebe Leute. Wollt mich auch mal beim nächsten Mal wieder da sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Videos mehr fassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020